Wie sieht's denn aus da oben, Apo? Siehst du irgendwas? Sitz ganz gut. Ich geh mal rüber zum Tower. Ich bin da drinnen, also nicht wundern. Nee, ich schieße aus deinem Farsch. Aber sagt mir, wenn ihr hochgeht. Ja, du musst einfach nur auf den Eingang achten, hier gibt's ein bisschen einen Eingang. Ja, kann aber sein, dass sich oben jemand einloggt. Ach so, ja. Hier ist ein Bajonett, Warn. Ja, das ist doch für Apo seine Knoche. Liegt hier auf dem Treppenaufgang. Ich pack's ein, Apo, ich bring's dir mit. Apo, ich hab's eingepackt. Gut. Ich bin hier oben, erst mal mein Inventar leer essen. Außen ist noch eine Ammo-Box. Ich hab noch keinen Platz für die. Ich muss erst mal was essen. Erst mal was essen. Kommst du rüber? Nein. Nö, lass doch Apo da drüben. Wir müssen doch nicht alle im selben Gebäude hocken. Also einer von uns geht dann am besten noch die Dinger abklappern, oder? Gut, da kam der Tommy hier. Ich wollte doch mal auf die Map gucken, wo wir genau sind. So, ich ess erst mal was. Erst mal mein Inventar leer. Ich hab auch ein damaged Kompass. Brauchst du den? Warte, stopp den mal aus dem Magazin. Ja, wenn auch nicht funktioniert, dann ist doch okay. Das ist bloß das Glas kaputt, oder? Ja, deswegen, ich hab noch geguckt, wie genau sie das sind. Achsel, ich würde jetzt so gerne in ein Glasauge schießen. Du kannst mich mal am Arscher lecken. Ich zeig dir gleich mal meinen Planken hinter und warte mal. Da schicke ich meinen Kumpel rüber mit einem Vier. Ja, den hab ich vorher down. Achso. Du bist ein lautloser Killer. Wie ich tut, so weich findet man das echt doof aus. Ja, wir werden halt mal... Wenn halt mal noch Shisu und Hörb da sind, müssen wir mal gucken, dass wir auch schon mal... ...irgendwo pro Leut aufnehmen. Ja, was jetzt? Wow, das war ich. Boah, jung. Ich bin doch nicht beim Essen, Alter. Alter, Alter, war knapp. Alter, war Platz. Du merkst schon, ein Apo hat einen unruhigen Finger, da müssen wir auch schon mal ein paar Leute killen. Haha, ich wollte mal wissen, wie weit die ungefähr auf die Range runter geht. Dass ich schöne Kopfschüsse verpassen kann. Kommst du, Herbert, oder? Ich hab noch über 20 Schuss, ich glaub, das reicht erst mal, oder? Hoffentlich. Ja, wir finden ja auch noch genug. Also, alleine vorne in den ganzen Militärgebäuden wollen wir ja auch noch nicht, Arthur. Da ist noch so viel Scheiß. Also, ich hab jetzt noch 4 Schuss im Magazin, 10 Schuss im Inventar. Noch 60, 40, 130 Schuss, ne, 150 Schuss für M4 im Inventar. Okay, warte, nein, ich will nicht. Du wirst ein leeres Magazin, und... Hast du ein leeres Besolden-Magazin, Apo? Nein, leider nicht. Mist. Ich brauch nur noch eins. Oh, das ist zum Kotzen mit dem Inventar, ey. Du kannst das nicht, wenn du die Achse in die Hand nimmst, kannst du nicht runter scrollen damit. Warum will ich überhaupt die Achse in die Hand? Hä? Warum willst du mit der Achse scrollen? Weil ich damit die Dosen in meinem Rucksack aufmachen will. Die musst du ja gar nicht scrollen, du kannst einfach auf Rechtsklick öffnen. Rechtsklick und Open with X. Ne, geht nichts mit Rechtsklick. Rechtsklick auf deinen Fisch. Nein, es geht nichts. Das steht nur da, äh, kann ich mir die Scheiße nur angucken. Das ist noch einer. Open can a tuna. Nein, man, es geht nicht mit der komischen Break-File-Break-Dose-Scheiß-Gedöhnt. Es geht nicht. Muss ich jetzt echt das Fressen in die taktische Weste tun? Ich kann alle, ich kann alle aufmachen. Mit der Achse eigentlich. Kann ich auch. Ja, klar, aber ich müsse halt drüber ziehen. Mach halt. Da leg'n Kompass. Ich hab'n Kompass. Okay. Geht auch noch einen. Ich glaube, vier Magazine reicht, oder? Das sind 160 Schuss. Ich hab'n Kompass warm, warm. 200 Schuss. Das dürfte mal reichen für'n kleinen Krieg. Na dann. Brauchen wir ja noch ein 40er Magazin? Dann tue ich das jetzt mal hier raus. Ja, ich könnte noch ein 40er Magazin brauchen. Hier, das leg' ich hier unten ins Leer. Ich hab' da jetzt die Mumpeln, die verteil' ich jetzt noch mal in den Magazin. Ja, ich geb's mir, dann tausche ich's aus gegen leeres 30er Magazin. Ja, das... Ja. Dann haben wir maximal ein Land seiner Magazin. Okay, brauchst du jetzt noch das Visier, hopp, sonst lass' ich das jetzt hier liegen. Ja, brauch' ich noch. Gut. Rottpunkt. Okay, wir laufen weiter. Oder in welchem Zustand isst du? Na, top. Top-Zustand. Grün und mit Batterie. Dann lass'n wir hier hinten die Garage stehen. Batterien hab' ich auch noch zwei. Ich pfeife mir jetzt hier die Vitamine rein. Ich hab' jetzt erst mal die ganzen Trinkflaschen rausgeschmissen, falls noch einer was braucht. Ich hab' jetzt, glaube ich, vier, ne, drei Wasserbeuteln, Army-Beuteln. Okay, müssen wir nach hinten weiter für? Also, ich hab' jetzt auch noch drei Stück. Und die sind hier noch voll. Hier liegt ein Scope unter dem Tisch, ne, ne Taschenlampe. Ja, ich hab' viel zu viel Scheiß mit mir rum, merk' ich grade, ey. Hm, ja, brauch' ich nicht. Ich brauch' eh keinen Schwanz. Wird sagen, dass wir zum Airfield gehen. Ja, machen wir jetzt. Wird noch mal die Map ein bisschen hochschieben. Wie viele Wasserflaschen hast du nur dabei? Frage nicht. Fünf Stück. Na, fünf die und noch mal drei Army-Beuteln. Deswegen hab' ich gesagt, ich bin der Waterboy. Wofür ist eigentlich die Alkohol-Tinktur da? Ganz unten desinfizieren. Hast du schon mal ne Wunde gehabt? Außer die, die blutet. Hat jemand schon nachgelesen? Man kann jetzt nach dem letzten Patch auch, ähm, Benen für... Rückgeboren. Gebrochene. Naja, aber ich hab' noch nicht noch. Ich dachte ja, du nimmst die, die Stecke. Stecke und Lebeband, aber das hat nicht funktioniert. Nicht in der Kombination. Lebeband hätte ich doch... Ja, die Stecke, das hatte ich alles schon mal probiert, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Kommen wir jetzt da mal irgendwie weiter, mir wird langweilig hier oben. Ja, bleiben sie ruhig. Ich bin ruhig. Das ist, das ist DC. Only in DC. Hier drüben ist aber auch nicht viel mehr los, Apo gerade. Ja, hier ist ja nix los, das nervt mich ja grad. Na, willst du mal was los haben, ist nix los. So. Wir können ja gleich mal ein 60-Mann-Salvage einen, dann habt ihr schon was los. Ja, das mal übertreiben müssen wir's jetzt nicht. So dummer Heini mit Essen und Munition, das wär doch was schön. Okay, ich glaub das nimmt das Forza-Magazin jetzt mal mit. Hier sind doch noch Dosen, die kann auch noch ganz unterwegs saufen. Hinter dir steht auch noch was zu fressen. Amoffbox ist noch eine da und ein Backpack. Braucht er beides nicht. Also ich bin jetzt noch am Essen. Wer kommt? Nee, ich bin noch am Essen. Ja, du, ich guck nach hinten auf dem Tower, ne, falls ich die Augen nicht sehe. Ich esse hier in die Richtung. Den Rest muss Apo überblicken. Ich überblick so ziemlich alles, außer das direkt um mich rum. Ja, ich guck jetzt nach hinten. Ja, das seh ich ja auch alles. Ich guck bis zu den Zelten hinter. Ja, aber da wo du hochgegangen bist, gehen sie eigentlich in den seltensten Fällen hoch. Es sei denn, sie haben eure Schauschützen dabei. Ja, da guck ich halt mal ein bisschen hin, aber ich dürfte es eigentlich hören. Wenn da einer läuft. Hast du ne Claymo gelegt? Leider nein. Leider geil. Wir sind jetzt beim Airfield reingegangen. Welche Seite? Wo? Westlich. Äh, nie. Doch westlich. Front. Da wo die Zelte sind oder was? Nein, vorne. Andere Seite. Bei den Hangars. Dann kommen wir euch jetzt gleich entgegen. Ich kann euch noch nicht erblicken. Sagt mir, wenn ihr genau am Airstrip seid, als an der Rollbahn. Bin ich gleich klar. Ja, ich denke mal ihr sucht das mal die Army-Baracken vorne. Schiesu. Ja. Ihr könntet ja eigentlich dort auf uns warten. Alles was ihr braucht, bringen wir euch mit. Die Hangars müssen wir eh noch durchgucken, ne? Ja. Ja. Was brauchst du? Schiesu, brauchst du noch irgendwas? 7-6-2 haben wir ein gelbe Boxen. Mhm. Und ein Medikit. 7-6-2 nehme ich auch gerne an, nicht. Ja, gelbe Boxen hab ich gar gerne. Ich auch nicht. Ich hab nur eine Ammo-Box und ein Medikit. Die hat es mir ja gestern auch schon wie durch die Decke geklitscht, die Scheiße. Hab ich ne rote Verbindung kurz? Mal gucken mal. Bei mir ist es jetzt wieder weg. Ja, ich hätte auch keine. Ja, solange wieder kein Timer erscheint. Das ist alles gut. Hm. Mit dem Timer hab ich jetzt auch gelernt. Ähm. Kannst aber am meisten nachjoinen, weil die Service hier resetten. Ja, einer muss dann draufbleiben, da kann man dann einfach wieder nachjoinen, dann ist er wieder ab. Hallo. 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 Ja. 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 Hallo zum Schizoo. Die hab ich mir noch gar nicht geredet, glaub ich. Oh 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 oh. Ich hab auch endlich noch mal Platz. Ich bin begeistert. Ah, wir haben ja schon die neuen Icons gesehen hier. Ich hab ein Hunting Backpack für mich. Gibt jetzt schön neue Icons. Gibt jetzt schön neue Icons. Ob er bitte Anwerbe bekommen kann, weil er schon 10 Leute geholt hat. Ähm, das gilt ab jetzt erst. Jo. So. Damit nicht jetzt hier jeder damit rumläuft. Soll ja auch noch eine weitere Motivation sein hier. Ach so, voll gesoffen bin ich jetzt, okay. Voll gesoffen. Ich hab mir gerade, äh, äh. Ja, ich sag nur YouTube. Ich brauch was zu saufen. Ich hab mir gerade neun Botteln. Ne, warte mal. Das sind sogar. Doch. Ne, acht Botteln. Acht Botteln. Was hab ich mir gerade reingedrückt. Ey, aber die Let's Plays hast du recht, ne. Die laufen gut an. Jetzt fühle ich mich aber richtig voll, sagt er. Hier liegt da auch noch irgendwas. Guck mal, Apo ist da oben. Hier liegt ein 20er Mac für dich. Ja, richtig voll fühle ich mich gerade auch, ey. Ein schönes dickes Pfefferstake. Und noch 3 Chihuahua. Ich geh mal ganz hoch. Oh, was liegt denn hier? Oh, hier liegt ein M82, Alter. Ich wär verrückt. Was kriegt da? Eine M28 schlägt hier. Was ist das? One-Hit-Sniper. Schön wär's. Gibt's doch noch gar nicht. Ja, ja. 2D-M? Ja, only in DZ. Ja, dann bin ich hier mal wieder ganz oben. Jo, alles lauflo. Da hat er mit Neo hier erklärt, was diese Sicherheitsstufe ist, ne. Habt ihr auch schon gesehen, Axel. Da kommt einer, da kommt einer von der Tower. Wer ist denn das? 2 Mann? 2 Mann? Alles klar. Feuer frei. Einfach mal ballern und dann Fragen stellen, ne. Hä? Woher? Von den Dings, von den Hangars. Ach so, da. Von dem Tower. Boah. Abwurrennt oben auf der Feuerwache, wo man jetzt nicht wo der hingucken soll. Totale Fehlinformationen. Scheiß Hektik. Herbert und Matthias habt ihr auch schon gesehen, ne. Battlefield Event. Ja, wenn ich da bin, muss gucken. Jo. Weiß ich schon. 19.30 Uhr ist Start. Also wenn ihr später kommt, ist kein Problem. Oder früher. Ja, das ist, die Events sind eh immer oben, von daher. Ja. Ja, wie lange habt ihr letztes Mal gemacht? Drei Uhr oder so noch? Ja. Ja. Genau gesehen. Ja, ich bin normal. Die rennen in die Feuerwache rennen. Oh Gott. Ja, jetzt bin jemand in die Feuerwache, Apo. Knall sie ab. Nicht fragen. Die Hunde. Hier liegt noch ne Tactical West für dich, gell? Hier liegt noch einiges, aber. Ihr habt es auch schon gesehen, hier. Der Hölle, ich bin grad da durch die Wand gegangen, alter. In der Feuerwache. Ich bin grad hinten aus der Wand geklitscht, alter. Schön schön. Du musst irgendwie dabei noch hüpfen, glaub ich, und... Ja, du musst hüpfen. Du bist da auch durchgelaufen. Du trägst Bananen. Hey, nur du kannst das da einmal durch die Wand laufen. Du bist auch grad da durch die Wand gelaufen. Bei mir. Nee. Nee, ich stand einfach so. Also dreh ich mir rum, lach mal. Nein. Ich hab nen Walkie Talkie gefunden. 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 Wer hat jetzt noch nen Walkie Talkie? Mir. Fick dich, Junge, fick dich. Komm, wir gehen rüber zu den anderen, wo ist los? Jetzt noch ein Walkie Talkie. Hier ist auch noch was. Was ist denn das hier? Hier oben ist ne UK Fort West. Cool, alter. Da krieg ich da jetzt das Tech Light dran. Hier oben ist noch ne... Hier oben ist noch ne Tactical West für dich, Digga. Hast du's nicht gesehen hier? Hermann? Ich hab schon ne. Ich hab schon ne. Ich hab schon ne. Ich hab schon ne. Der backt hier grad ähm... vor nem Tower rum. Irgendeiner backt grad Kuchen. Wo? Wer kommt da grad in die Feuerwache rein? Wo? Ich, ich, ich. Wir kommen beide hin. Leute, Leute. Wer ist im Tower? Ich. Ich. Ich hab hier grad den, den Handgriff gefunden. Hat irgendeiner ähm... Dreibein fürs Dings? Oder ein besseres Visier als wie das Müllscope, was ich hier grade hab? Für was? Also ich hab hier M68. Für den, denkst du... Also für den Mosin hab ich nix. Für den Mosin hab ich nix. Ich hab für, für seinen M4 hab ich hier äh... Ja, noch, noch ein gutes. Na, top. Mit Batterie. M4 hab ich noch rot. Warte, rot. Ja, ja, ein M68 hab ich doch. Hast du noch eins, oder was? So schön. Ich hab zwei Stück. Achso, na gut. Ich hab auch noch einen Schalldämpfer. Sehr gut. Ich komm jetzt mal runter von der Feuerwache. Brauchst du hier M4 Handguard? Handgriff? Hab ich nen top Zustand. Hey, wie sieht denn deiner aus? Da ist noch eine Tactical West. Matthias. Wie sieht denn dein Handgriff aus? Ich hab so einen anderen. Ich hab so einen anderen Handgriff. So einen... Ich hab jetzt den MP-Handgriff. Ich hab jetzt den MP-Handgriff. Ja, ich hab den MP-Handgriff jetzt dran. Wir kommen jetzt rüber in die Feuerwehr. Oder wo ist denn du? Im Tower liegt noch eine Tactical West. Na? Für was sind eigentlich Tactical Westen gut? Ja. Drop mir mal, drop mir mal bitte das. Für die Oskar. Ja, ich muss erst mal runterhopsen. Wer ist denn das hier? Das ist doch Dings. Schizu rum. Oh, ich lauf gar nicht auf der Treppe im Tower rum. Ich bin grad schmerzlich hingefallen. Ja, im Grunde liegt hier auch nicht mehr viel rum. Irgendwo liegt hier meine Armor Box. Ich weiß nicht, wo sie jetzt hängen. Was hat er denn? Nein, da ist auch nichts drin. Nee. Ja, und bei mir nur so. Mach nicht so was. Das ist gefährlich, was du hier machst. Und du hier so rumrennst, alter. Meiner will nur noch kriechen. Ich glaube, ich hab mir grad beigebrochen. Ich tu das nur. So, er legt sich grad wieder hin, wenn ich laufen will. Dann hast du ja stehen gebrochen. Ich bin nicht auch hier runtergepackt. Dann hast du grad die Knochen gebrochen. Ja. Ich geh jetzt mal gucken, wie man dir eine Bandage bauen kann. Aber es zeigt nirgends was an. Hattest du ein Hunting Backpack auf? Hallo? Hallo? Ich hab ein Hunting Backpack. Nee, ich meinte Fabi hierzu. Nee, ich hab ein rotes. Da lag ein Hunting Backpack mit Reis und sowas im Tower drin. Auf der Treppe. Ja. Ja. Ich hab das Laron paar leere Magazine in dem Zelt. Warte mal. Das ist mein Hunting Backpack. Bleiben wir grad liegen. Bleiben wir grad liegen hier. Ist das denn vor? Hier liegt ein Hunting Backpack rum. Ah ja, genau. Entsuche ich da. Oh, ich hab sie mal hingelegt. Pulaten wo. Bei Wasserflaschen liegen da irgendwie noch. Wo oben am Tower? Schießt ihr oben am Tower die Flaschen oder was? Nee, unten lagen Flaschen rum. Ich hab noch... Hab wo oben und neben dir? Nee, was? Brauche ich nicht mit dem Wilde mit... Nee, ich hab Penkillers hingelegt. Nee, was war denn jetzt hier? Hol mal einen. Hol mal ein paar. Achso, da. Hier bei mir. So.